Hallo Freunde! Herzlich Willkommen zurück! The number of charged particles has drastically decreased! Equipment functioning is returning back to normal! Danke! Hallo Freunde! Herzlich Willkommen zurück! To the Riftbreaker! So nachdem wir im letzten Rad das Power Up dort gemacht haben von dieser Basis und da jetzt kaum aufpassen konnte was das eigentlich gemacht hat Ah ja, wir hatten eine Kurzkommunikation mit irgendeiner Alienrasse oder so So, in dem Fall müssen wir jetzt noch hier diese Cubes und alles zerstören Wow! Oh, da sind sie auch schon! Dann gehen wir mit dem den anderen Teil davon Und dann gehen wir mit dem den anderen Teil davon Oh! Gut, das hätten wir! Ah, wieder eine Pflanze, wunderbar! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Ich bin der Pultus. Oh no. Ah, ich hatte die selbe Viecher. So, jetzt bin ich schon auf uns aufmerksam geworden. Ich auch noch. Wunderbar, wird immer besser. Komm! Ha! Wow! Oh boy. So, was ich jetzt? Ja, super. Ach ja, das ist schon mal. Boah! Boah! So. Vielleicht gibt es aber noch mehr eigentlich, ne? Die genauso bewacht sind. Und viele nehmen Schaden, wenn sie uns treffen. Auch interessant. Absolut. Waaaah. Okay, hier sind wir. Keine. Eine neue Technologie hat sich entwickelt. Neue Gebäude sind bereit für Konstruktion. Warnung. Ich bekomme Worrying Signale vom Metallic Valley Outpost. Wir sollten dort zurückkommen. Das ist nicht ein Verständnis. Lass uns da schnell. Ich bin ein Verständnis. Shit, wir haben das Kind geblieben. Es ist voll zu gehen. Nooo! Fuck. Versuchen wir uns zu beeilen. Wer haben wir hier? Ich bin ein Verständnis. Eine neue Technologie hat sich entwickelt. Neue Gebäude sind bereit für Konstruktion. Ich bin ein Verständnis. 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 Okay. Okay. So, here we are. Let's go out there. So. Und nun sind wir hier. Und was machen wir jetzt? Den Außenposten Metalltal. Achso, also nicht hier oder was? Wir haben hier noch keinen Außenposten gebaut. Machen wir das mal. So. Hier ist noch komplett offen. Das sollten wir wohl auch besser zumachen. So. Und dann geht's los. Und dann geht's los. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Oh, ja, wir haben hier noch keine Ahnung. Wir machen das. So. Super. Daher ist ja auch nicht. Warnung! Hostile creatures sind in der Basis. Bevor wir uns für einen Atacke. Wie geht's los? Warnung! 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 Das ist ganz klar, Abung! Ah, aber ich bitte nicht! Um, ein in die Köln. Wie lang ist sie zwischen wehrlovem Gut, die sollen nur kommen. Wir haben einen dritten Turm hin. Die sollen nur kommen. Schauen wir mal, was kriegen wir denn von den Blüsten. Was ist die hier? Ach, Rodomit. Kobalt. Ah, die geben Palladium. Okay. Hier auch Rodomit und Palladium. Gut, wir haben halt hier leider kein Wasser. Sonst könnte man ja hier diese ganze Sache züchten. Oh, wir wollen mal wieder die Fischstöpsteigern. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit, die Nummer 2. Uh-oh. Wir haben zu wenig. So, ich mach mal ein Sehnen an, gell? Ach da Das ist nicht gut What? Das ging aber schnell Ach so, da kommen wieder her Das ist ein Schlappel da hinten Ah, ich muss die Bomber kippen werfen Kippen werfen Ja, 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 ja Oh, das ist ein Rappel Dafür brauchen wir Raketenwerfer Ausschalten Ah ja, wir können ja trotzdem PV aufbauen Dann hat man weniger Strom drin Also das bringt Strom Okay, das hätten wir Wenn wir das einschalten Dann geht's hier gleich runter Weil der das direkt verbraucht Aber verbraucht der das auch, so wenn wir mit dem Strom voll sind? Nö, perfekt Und das geht wieder nach oben Alles klar Gut, dann sind wir Hier erstmal fertig Den Konrad rollen Tun wir aber nicht, egal Okay, also zurück zum Außenposten im Metalltal Metalltal Da, hier hin So, hier sind wir wieder Der hat schon wieder die Aufnahme beendet Aber diesmal habe ich es sofort gesehen, Gott sei Dank Wir sind zurück Der Metallic Valley Outpost Mr. Riggs, kann ich mir eine Situation Report Was war das Warnung? Wir haben eine Ungewöhnliche Angelegenheit in Hostile Creature Activity Wir haben mehr von ihnen überall Around der Outpost Unsere Angelegenheit sind auch Pickingen auf multiple Sources Of Dark Energy Emissions Das waren nicht aktiv als wir hier waren Das ist wundervollend Ich glaube, dass unser recenter Begegnung auf der Crash Site hat das Warnung in die Erste hat das Warnung in die Erste Die Meteorien, die Sentineln Towers und Hybrid Creature Attacks look wie sie wurden von ein Central Intelligence das nicht wollen wir hier Wir sollten die Region dann schauen wir uns wieder um die Erste auszunehmen Achele wir sollten noch lange auf der Basis Ich verabschiede eine große Angelegenheit amassungsvolle hinter unserer Basis Eine große Angelegenheit ist immanent Wir sollten unsere Strafs das ist Ja Auszunehmen of the devil. Let's get to work then. So, wir haben ein Plus nach wie vor. Das ist gut. Wir sind hier irgendwo vom Außenposten getrennt, scheinbar elektrisch. Das geht lokal. Besser. Will die kann man hier eh auch. Die Raketenwerfer haben wir. Oh, da fehlt noch einer. Und da unten ist auch noch einer. Was ist das denn? Ah ja, die neuen Mauern können wir hier auch noch bauen. Die brauchen keinen Strom. Das ist gut. Das dauert ja noch ganz schön lange, bis der Angriff kommt. Dann ist es vielleicht gar nicht mehr verkehrt, wenn wir unsere Verteidigung noch etwas weiter vorverlösen. In der Zwischenzeit. Dann spiele ich einfach hier noch die Verteidigung auf. Also nur, um sicher zu sein. Verblattung. Macht der Gewohnheit, das 2-4-4-4-4 nach vor. Magiemauer. Nein. So. Flammenwerfer. Raygun braucht noch weniger. Blastwürzungen können wir auch noch nicht spawnen. Aber Raketenwerfer sind doch lieber gut. Genauso wie wir jetzt auch noch die Wurzel machen. So. Ja, da brauchen wir eigentlich noch nicht. Ah. Warte. Sicher ist sicher. Und... Arquillerie. Was ist das? Ja. Ja. Dann tut sich irgendwas. Wow. 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 Totes. Oh. Was ist denn der nicht abgegrillt? Wo ist er denn? Wo ist er hier, was er hier ist? Ah. Hier ist er. Das ist ja der Nassel. Das ist ja der Nassel. Ah. Ok. Kommen wir mal da her. Zehinkt was anderes? Das ist ein Tragen. War auf dem Turm, hey, wir können die Upgrade. Great! Was können wir denn noch upgrade? Oh, das Schild ist noch weiter vergrößert. Okay. Gut, gut. Raketenwerfer, Hammer. Ich würde mal sagen, wir sind hoffentlich gerüstet. Für alles, was hier auf uns zukommt. Oh, da kommt ein Mikroger drunter. Die Knallen hier rein, oder? Komm, da ist ja gar nichts. Da schlagt so da rein, aber die Viecher kommen noch irgendwo andersher. Alter, wer ist denn hier? Ja. Gut, das war jetzt noch mal nicht so tragisch. Jetzt kommen wir uns von da oben. Oh, nein. Oh, oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Wir müssen hier vorrücken mit der Basis. gut gemacht ich weiß doch nicht ob wir bereit sind was habe ich mir gedacht wir sind hier die Basis vorverlegen das attack was stronger than anything we've seen here before those four legged hybrids were terrifying they had thick armor plating and plasma grenade launchers fused to their bodies they must have been intentionally designed as bio weapons however it looked like they were unfinished these creatures probably would not be able to survive for long on their own maybe it was a rushed design created specifically to fight us that is possible but it's just a hypothesis the situation is calmer now mr riggs when we jump back to the outpost you mentioned that you were detecting new sources of dark energy wave emissions can you tell me more about that of course i had picked up a number of small dark energy wave emitters that hadn't been here when we first visited this location they do not seem significant but i think we should confirm whether they pose a threat to our base okay please mark some of their locations and we'll check what's going on ashley i'm detecting increased hostile presence after the last attack there are a few hot spots of activity and their signatures look like hybrid bio factories if we were fighting against an army then i would say that the last attack was an invasion attempt and they've managed to establish a forward base of operations if we don't act quickly they're going to overrun our base let's destroy these factories as soon as possible now then we'll make a plan on the way okay i would say here is a 8-1 on the way although we can... we could on jeden Fall so... ...Türme brauchen one is right ganz in the near Interesting, it looks like an Exmorph artifact. It's covered the ground with the same metallic structure as all the other Exmorph structures. It doesn't have any other apparent function. I am seeing many similarities between this pylon and the Exmorph biofactories. I can try to extract more information from inside it. It disintegrated as soon as we tried to tamper with its structure. The metallic surface around it has also disappeared. Woah! Nooo, you don't have to leave. Das ist ja schon längst zu Ende, Freunde. Ich bedanke mich für die Zuschauer und sage das nächste Mal. Ciao!